Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wobli Live. Ohne den lieben Raccoon Games, aber Solo Game. Und hier, ihr werdet es schon sehen. Wenn ihr genau schaut, seht ihr das. Am Anfang sieht man es. Habt ihr es bemerkt? Oben rechts war gerade eine Zahl. Und die ist wo? Fragt euch, für was? Seht ihr schon? Ich glaube, ihr wisst schon, für was? Ach, ja. Es steht auch im Titel vom Video. Ich fahr mal mit meinem teuren Auto. Und wir zu Paradise Island. Ihr wisst es alle schon, weil es im Titel von diesem Video ist. Hä, hä, hä. Hä, hä. Mein Haus! Ich kann es kaum erwarten rein zu gehen. Ich park in der Garage. Oh mein Gott! Nein, nein! Copyright. Bitte verplapp ich mich nicht. Das war nur ein Sehen. Warte. Ja, wir gewinnen dieses Mal in der Show. Geil. Noch ein Aquarium? Hä? Was ist hier? Der Arcade. Oh ja! Das gefällt mir. Oh ja! Mein Schiff! Ja. Wir erkunden jetzt mal die Villa. Warte. Warte. Come on! Pieck! Die Raquel ist gut! Die Ha instability! Ähm ... Warte! Ja, die ist gut. Du hast$%& ich wohl wieder spiele gibt es kein copyright wartet mal so übertrieben groß ich dusche gerade die die ist gut hier kann man auch nach oben schade dass man die musik die ganze zeit hört das ist aber entschuldige dass ich zu wenig rede aber die will das ja übelst geil ich schlafe ja nicht gerade ich mache ich gerade wieder tag das muss ich unbedingt mit raccoon spiel das ist ultra geil oh Alter Schminke zum Schminke aha ultra geil hier ist noch eine Toilette es geht wieder nach oben oh fett in der studio ah ich passte nicht ich ranne oh ja ist die vielleicht schneller nö kann ich das ah ich bin das stärkste mensch der welt kann ich die scheibe anschauen nö oh warte kann ich nicht entschuldige ja ich wollte es nicht bitte geh wieder ah stopp glück impmet ein des helikopters ich brauch gar nichts mehr quilt gut ich haue oh aber das ist ja mal anders OP das ist ja mal anders ich habe jetzt erst auch gar nichts fast gar nichts von der villa kunde und das geht immer noch weiter hinter der tür aber es sieht so schön hier bin ich ja hier schlafe ich warte 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 ich will auch in mein zimmer ein eigenes sein eigenes bad haben und daneben noch eine schwimmel was ist hier drin war die hafe anders cool ich gleich aus komme ich hier wieder runter nein hier doch nicht kommt mit meinem kaffee auto in mein haus ja was für eine rupe hast du da na klar das hätte auch im boot aber und dein helikopter und so welche sachen und dein labyrinth aber das ist das beste ja 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 Ich liebe Pepe. Null Aus An Null Resistida Null Jemmy 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 Da Jemmy Hi Aber Wir haben immer noch früher, wenn man hier bin Ja Ja Ich hör die Musik Ja ok Ah Und hier einfach so Hä wie schnell ist es Es ist ultraschnell Das ist ja mal ultraschnell Oh mein Gott Boah Alter Äh wieviel läuft hier haben wir schon? 13 Minuten Ich glaub das So Leute Das war's mit dem Video Ich hoffe euch hat es gefallen Bis zum nächsten Mal Und Wartet Was sag ich? Hi Das ist mein Boot Aua Nö Ah Ah Und Aua Ah Ich ertrinke Und Tschüss Ja Ich Ja